Ich fütterte jetzt schon ein paar mehr Schafe. Ja, woher denn? Wenn du nebenbei schon gezüchtet hättest. Was brauchst du für die Schafe zum Füttern? Weizen. Weizen. Ich hol mal eben was. Kannst du die Kühe gerne eine Runde mitfüttern? Nein, Frank. Ich war froh, dass es geschafft hat, meine Kühe auf die Zahl, die es jetzt ist, zu vervielfältigen. Ja, das sind mehr geworden. Aber die muss ich noch zwei, drei Mal verdoppeln. Die tragen... Oh, guck mal. Das kleine Trittchen Unterhose. Das hab ich dir schon letztes Mal gesagt. Die tragen alle so eine Unterhose mit Herzchen drin bei uns. Und die Dexion ist weg. Mit so pinken Herzchen. Also mach ich so direkt wieder nackig, sobald sie sich wieder anziehen, weißt du? Finkt ein wenig pädophil. Also ich würde dafür, dass du ganz viele rote Schafe hast. Warum? Rote Wolle. Oder blau. Dafür gibt's rote Blumen. Ja, du kannst die Schafe auch färben, dann brauchst du die nur noch scheren. Dann brauchst du nicht so viele Blumen verbrauchen. Wenn du die Schafe vorher färbst. Ja, hab dir mal eben Weizen unten aus den Kisten geholt, ne? Aus welchen Kisten? Bei Franks Erntemaschinen. Okay. Das ist genug, ne? Ja. Er hatte das ja noch nicht, äh... Doch, teilweise. Nee, in der Essens-Truhe war nix drin, außer eins. Und dann hab ich das schon zu Brot verarbeitet. Wie du das hast gesehen, Bambus haben wir, hab ich gepflanzt. Hm? Das geht ja gut, ne? Du hast ja direkt gepflanzt, als du wiedergekommen bist. Ja, ja. 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 Das gefällt mir nicht ganz da. Ja, Julia. Weißt Bescheid? Ich mag den Namen von dem Erfolg irgendwie. Ich mag den Namen von dem Erfolg irgendwie. Ich mag den Namen von dem Erfolg irgendwie. So, jetzt hast du wieder Babykühe und... Danke sehr. Baby Schafe. Danke. 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 Hallo? Was ist Hallo? ich wollte die Eier bei Vietes einsammeln einen Huhn auch abgehauen bitte wieder reinbringen ich habe noch nicht so viele Hühner dass die abhauen können mit Weizen auch ne ne mit Samen die habe ich natürlich jetzt nicht auf der Tasche äh Schlafenszeit Moment ich liege ja ich bin unterwegs hast du schnell ein Bett aufgestellt Frank nee tatsächlich da wo ich gerade bin stehen Betten nein ich baue gerade die erste Hütte für die das meinte ich damit da sind drei Betten drin gerade aktuell eine Kiste und ein Crafting Table ist da ich hatte mich ins anfangs Haus gelegt ja hatte ich gesehen ich habe gedacht wer liegt denn da oh Enderman die verfickten Zombies was hast du denn gegen die Zombies ja wenn man nachts nicht so schnell schlafen geht dann machen die immer Sachen kaputt nope die abk äh die 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 Kleines Holz können wir uns so ein Dorf bewohnen habe ich gerade gebaut. Frank, hast du noch Samen? Ich wollte mal wie das Hühner verwenden. Ja, ganz viele in der Erntemaschine. Ja, hole ich mir. Ja, ist ganz viel. Ja. Es wäre für dich einfacher, ne? Was? Wenn du einfach hier oben bei den Feldern, da ist ein kleines Hütchen. Warte. Wie bist du? Ach da, ja. Ich seh dich. Hier ist eine kleine Hütte. Ja. Okay, hier hast du auch ein Lager. Und hier ist Samenweizen. Okay. Ja. Und hier kommt der Loot bei mir aus der Farm raus. Ja. Und da diese Kiste und die beiden Trichter immer voll sind, habe ich hier dann den Raum gemacht, um einfach schnell das durch loszuwerden, weil da hast du zwei-, dreimal dein Inventory voll. Ja, glaube ich. Oh Mann ey, das war jetzt wieder. Wieso, was hat man hier wieder? Ich bin doch irgendwo untere Decke gewandert und nicht eh.. Ich finde das schön, Julio. Was, dass das nicht nur dir passiert? Das ist mir noch nicht passiert. Ich fand das vom Aussehen einfach schön. So. Kommt rein hier. Ja, sehr schön. Das haben wir schon noch. Schweine fressen Karotten. Kühe und Schafe fressen Weizen. Ja. Okay, wir haben hier einige Komposter stehen, Beet stehen und wir haben hier eine kleine Hütte stehen. Ich habe dir ein paar Hühner, ein paar Küken gemacht. Danke sehr. Oh, vor allen Dingen bei dem Hasengehege musst du übrigens vorsichtig sein. Beim Rein- und Rausgehen? Nein, die Hasen hauen ab wie Scheiße. Okay. Die brauchst du halt auch wieder Karotten. Ach, du hast jetzt auch beim Bus stehen. Ich habe mich jetzt mal öfters und fütter deine Tiere. Ich habe mich jetzt mal öfters und fütter deine Tiere. Das ist uns aber lieb. Manchmal ist Julio so. Hallo? Ich bin immer lieb. Das ist doch die unschuldige Person, ne? Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. So. Dann steht hier schon mal ein bisschen was. Hier können dann die Stallungen hin. Das ist doch mal ein bisschen was. Ich muss dir das mal angucken, was ich hier gerade so ein bisschen gebaut habe. Ja, ich komme gleich mal vorbei. Ich muss gerade hier noch direkt bewegen. Ich auch. Oh, es geht sich aus. Oh, es geht sich aus. Okay, Zeit für Schlafen schon wieder. Okay, ich bin im Bett. Bis an die Nacht. Das ist ja nur für die hässlichen Dorfbewohner, was ich hier baue. Und ich liege. Ich auch. Moment. Ich liege auch. Okay. 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 Ich habe mich wohl gehört und dachte, boah... Hörte sich nach sehr viel Spaß an Wir wissen ja jetzt, wonach wir suchen müssen Ja Okay War schon sehr lustig dann, ja Heute gerade ein Bettbonus Erde und Wolle Ich behaupte mal ganz dreist, das flugt nicht Jan für gut Hier Ich behaupte mal ganz dreist, das flugt nicht Jan für gut Soap 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 Soap